Hallo, willkommen im Jahr 2024. Ich wünsche dir, dass du das erreichst und bekommst, was du dir für 2024 vorgenommen hast. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Eines der Bücher, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, heißt Eiweiß gesamtheitlich betrachtet. Untertitel Gesundheit aus Sicht der Muskeln. Der Autor ist Robert Krug. Den kennst du schon, wenn du regelmäßig bei mir reinhörst. Ich glaube, es ist das wichtigste Buch, das Robert bisher geschrieben hat, weil er einen ganz wichtigen Punkt anspricht. In Bezug auf das, worum es hier im Podcast eigentlich geht. Gesundheit, Fitness, gut drauf sein. Beste Version von dir. Oder auf Neudeutsch, look, feel and perform good. Das wollen wir doch, oder? Wir wollen gesund sein und voller Energie sein. Nicht als Selbstzweck, sondern als Fundament im Leben, um die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, schneller, besser und leichter zu erreichen. Oder zu bewahren. Familie, Erfolg im Beruf, eben das, was wir als Sinn und Zweck unseres Lebens betrachten. Um das zu erreichen und oder zu erhalten, wollen wir gesund und fit sein und dafür wiederum brauchen wir einen gesunden Lifestyle. Und in dem spielt die Ernährung die Schlüsselrolle. Die Ernährung ist die wichtigste Säule eines gesunden Lifestyles. Ist so. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst noch so viel Sport machen, noch so gut schlafen, noch so entspannt und fröhlich sein, noch so viele gute Freunde haben. Wenn du dich schlecht ernährst, bleibst du nicht gesund und du wirst nicht schlank und fit. Und was ist innerhalb der Ernährung das wichtigste Element? Naja, es gibt mindestens 48 wichtigste Elemente. Die 47 essentiellen Vitalstoffe und Wasser. Also 13 Vitamine, 22 Mineralstoffe, 2 Fettsäuren, 10 Aminosäuren plus Wasser. Allerdings habe ich im Laufe der Jahre folgende Erfahrung gemacht. Eiweiß wird in seiner Bedeutung für Gesundheit, Fitness, Ästhetik, also gut aussehen, schlank sein, stark sein, immer noch unterschätzt. Und viel zu leicht abgetan. Ja natürlich, ich achte auf meinen Eiweiß. Ich esse auch Eier hin und wieder und Hülsenfrüchte und Mandelmilch, einmal in der Woche Fleisch, ab und zu Fisch. Und trotzdem ist das Ergebnis nicht so, wie man es sich wünscht. Und jetzt kommt Robert Krug daher und stellt das Thema Eiweiß in den Mittelpunkt. Wobei das viele andere vor ihm auch schon getan haben. Eiweiß und die Aminosäuren sind auch das zentrale Thema bei Dr. Ulrich Strunz, Deutschlands meistgelesem Arzt mit einer Millionenauflage. Und schon das Wort Protein. Das Wort Protein stammt aus dem Griechischen. Es wurde aus dem griechischen Wort Proteus abgeleitet, was von erster Bedeutung oder im Vordergrund stehend kommt. Dies spielt die grundlegende Rolle wieder die Proteine für viele biologische Prozesse im Körperspielen. Protein und Eiweiß ist übrigens dasselbe. Und Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen alle Eiweiße oder Proteine zusammengesetzt werden. Ich habe das Buch gelesen, gerade mal 134 Seiten Text und darin so viele wichtige Aspekte und Erkenntnisse, dass ich gerade nicht weiß, womit ich anfangen soll. Vielleicht mit einer Zusammenfassung? Und dann gehe ich in weiteren Folgen auf einige Details ein und dann schreibst du mir deine Fragen und die stellen wir dann dem Autor selbst in einer Interview-Folge? Wie wäre das? Robert Krug spricht gleich am Anfang des Buches eine Empfehlung aus. Und die begründet er auch im Buch anhand von Studien. Die Studien, die erspare ich dir und du kannst sie alle nachlesen. Sie werden im Buch benannt und sind öffentlich einsehbar. Lingen wir los? Die zentrale Erkenntnis und Regel des Buches lautet, 1. Isst ab heute jeden Tag mindestens folgende Menge qualitativ hochwertigen Eiweiß. 100 Gramm, wenn du eine Frau bist und 120 Gramm, wenn du ein Mann bist. Mindestens bedeutet, unterschreite diese Menge nicht. Es darf aber gern mehr sein. 150 Gramm für die Frau, 180 Gramm für den Mann. Kein Problem. Sportler essen auf jeden Fall mehr als 100 Gramm bzw. 120 Gramm am Tag. Bis zu 3 oder 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Dann, Achtung, 2. Isst 100 bis 120 Gramm gesunde Kohlenhydrate am Tag. Kohlenhydrate aus Wurzelgemüse, Kartoffeln, Sauerteigbrot. Warum? Das hat wieder was mit dem Eiweiß zu tun. Der Körper braucht tatsächlich rund 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Für das Gehirn, für bestimmte Immunzellen und einige wenige andere Zellen. Diesen Bedarf kann er zum Teil, aber auch nur zum Teil mit Ketonkörpern ersetzen. Für den Rest braucht er Glucose. Und die kann er sich auch selbst machen, wenn wir diese Glucose nicht essen. Und dafür wandelt er Eiweiß um in Glucose. Dieser Vorgang ist aber sehr aufwendig und ineffizient und erfordert das Stresshormon Cortisol. Und eben Eiweiß. Man braucht also noch mehr Eiweiß und zwar ca. 170 Gramm Eiweiß für 100 Gramm Glucose. Oder man isst die 100 bis 120 Gramm Glucose einfach. So ist es effizienter und auch wesentlich billiger. Und zum Schluss, drittens, ist für den individuellen Energiebedarf gesundes Fett, was wahrscheinlich auch bei ca. 120 Gramm am Tag liegen dürfte. Zudem empfehlt Robert Krug in seinem Buch folgendes. Verteile das Ganze auf drei Mahlzeiten mit jeweils 40 Gramm Eiweiß, 40 Gramm gesunde Kohlenhydrate und 40 Gramm gesunde Fette für den Mann. Ergibt über den Tag 120 Gramm Eiweiß, 120 Gramm Kohlenhydrate, 120 Gramm Fett. Im Sommer, in Summe, 2040 Kilokalorien. Und dazu die durch Sport verbrannten Kalorien. Und für die Frau vielleicht 33 Gramm Eiweiß, 33 Gramm Kohlenhydrate, 33 Gramm Fett. Oder 100 Gramm Eiweiß, 100 Gramm Kohlenhydrate, 100 Gramm Fett. In Summe 1700 Kilokalorien plus Sportkalorien. Das gibt eine Verteilung von Eiweiß zu Kohlenhydraten zu Fett wie folgt. Halten wir es einfach. 25% der Kalorien aus Eiweiß bitte. Nicht mehr als 25% der Kalorien aus Kohlenhydraten bitte. Und 50% der Kalorien bitte aus Fett. Und insgesamt natürlich nur so viele Kalorien wie verbrannt werden, um das gesunde Gewicht zu halten. Beziehungsweise 200 bis maximal 500 Kilokalorien weniger, um Körperfett zu verlieren. Die 50% aus Fett machen übrigens nicht Fett bei ausgeglichener Kalorienbilanz. Im Gegenteil. Kohlenhydrate erzeugen Insulin. Und Kohlenhydrate plus Insulin? Das macht Fett. Und wie schon gesagt, für die Sportkalorien dann entsprechend mehr. Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Aber natürlich das Verhältnis der Makros nicht über den Haufen werfen. Und nicht mehr Kalorien zufuttern, als tatsächlich durch Sport verbrannt werden. In dem Buch findet sich ein Zitat vom Eiweißpapst Dr. Donald Layman. Es lautet Das Schlimmste, was man als Erwachsener machen kann, kleine Portionen Eiweiß unter 15 Gramm über den Tag zu verteilen, wie es Vegetarier leider häufig machen. Zitat Ende. Layman hat in Experimenten herausgefunden, dass die Synthese von Proteinen im Körper besser funktioniert, wenn weniger oft aber dafür größere Mengen an Eiweiß verzehrt werden. Und darum empfiehlt Robert Krug drei Mahlzeiten am Tag mit jeweils 40 Gramm Eiweiß oder zwei Hauptmahlzeiten mit 50 Gramm Eiweiß und eine kleinere für den Rest. Und für die Frau dann einen entsprechenden Tick weniger. Wer wissen will, wer Dr. Donald Layman ist, fragt einfach mal Chad GPT. Der Mann ist international der führende Wissenschaftler im Bereich Eiweiß und Ernährung. So, damit startet das Buch über Eiweiß. Und dann geht es in die Begründung. Warum ist Eiweiß so bedeutend für uns? Für Muskeln, für Immunsysteme, Hormone, Enzyme, Anti-Aging. Auch einiges über die Bedeutung der Muskeln für unsere Gesundheit. Es gibt ein ganzes Kapitel über die Mythen rund um das Thema Eiweiß. Ein interessantes Kapitel für das Eiweißziel einer jeden Spezies. Warum der Hunger nicht aufhört, bis wir die 100 bzw. 120 Gramm Eiweiß am Tag gegessen haben. Es kommt noch ein wichtiges Kapitel über die Frage, was ist qualitativ hochwertiges Eiweiß. Ganz wichtig. Und die Unterschiede zwischen pflanzlichen und tierischen Eiweißquellen. Und dazu passt auch ein Kapitel zum Thema Tierhaltung, Nachhaltigkeit und Klima. Ich schlage vor, ich picke mir einzelne Themen raus und mache jeweils eine Folge daraus. Welche Fragen hast du zum Thema Eiweiß? Welche Fragen soll ich mit Robert Krug erörtern? Schreib mir einfach an ralf at barefootway.de. Ich bin gespannt, was dich interessiert und gemeinsam lösen wir das dann auf. Okay, damit wir es nicht vergessen, fassen wir die Empfehlung nochmal zusammen. Jedermann, Gewicht egal, braucht mindestens 120 Gramm hochwertiges Eiweiß pro Tag. Dazu 100 bis 120 Gramm gesunde Kohlenhydrate aus Gemüse inklusive Wurzelgemüse und rund 120 Gramm gesunde Fette. Am besten verteilt auf mindestens zwei, besser drei große Mahlzeiten, aber nicht mehr. Jede Frau, Gewicht egal, braucht mindestens 100 Gramm hochwertiges Eiweiß pro Tag. Und dazu 100 Gramm gesunde Kohlenhydrate aus Gemüse inklusive Wurzelgemüse und rund 100 Gramm gesunde Fette. Zwei, besser drei große Mahlzeiten, nicht mehr. Sportkalorien kommen dazu, bitte in der gleichen Verteilung. 25% Eiweiß, 25% Kohlenhydrate, 50% Fett. Natürlich nicht mehr, als tatsächlich verbrannt wurde. Vielleicht mache ich in der nächsten Folge mit Tipps zur praktischen Anwendung weiter. Würde das Sinn machen? Mal sehen. Soweit zum ersten Teil zum Thema Eiweiß. Werbung machen möchte ich heute für mich. Für Vorträge, Workshops, Keynotes, bei Firmenveranstaltungen, Meetings, Konferenzen, Kick-Off-Veranstaltungen. Ich begleite Teams auch im Rahmen von Gesundheitsmanagement-Maßnahmen. Entweder vor Ort oder auch online mit Webinaren oder Videostreams. Frag an unter ralf-at-barefoot-way.de und wir reden darüber. Nicht vergessen, am Samstag, den 2. März in Hattingen in Westfalen ein offenes Tagesseminar für jedermann buchbar. Titel Erschaffe die beste Version von dir. Dein gesunder Lifestyle. Kostet nur 139 Euro inklusive Getränke und Mittag ist inklusive. Wie immer anfragen direkt an mich an ralf-at-barefoot-way.de. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns. Ich freue mich auf dich. Bis die Tage. Dann mit praktischen Tipps zum Thema Eiweiß. Dein Ralf Bohlmann.